Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Im Moment sieht es ganz schlecht für den Dill aus hier in Bockland. Äh, ne, Bockland ist das nicht. Das ist, äh, Gudenland. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall sieht es so aus, als könnte ich mein Gebiet verteidigen. Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wir werden sehen. Ich mute mich mal und los geht's. So. So, gut, das bin ich. Und los geht's. Wir müssen hier diese Festung auf jeden Fall mal hinkriegen. Wir können ja mal hier, wir gehen mal mit denen dahinter. Wir haben ja noch... So, genau, die Festung ist gefallen. Und damit geht's hier hinten weiter. Genau, das Katapult schießt netterweise direkt auf die Rohstoffe. So, hopp. Wunderbar. Oh, hier, die hier. Die sind wichtiger. So, da ist schon ein Bombardier wieder. Alles hier rein. Und ihr könnt ja inzwischen mal hier, äh, wieder ins Gebäude gehen. Genau. Und du baust mal hier weiter inzwischen, wo es möglich ist eben. Da ist wieder so ein Obbau. So, ja, ich weiß, das geht nicht. Äh, gibt aber auch viele Abbau aus. Okay. Hier unten müsste dann gleich Nachschub kommen. Jawohl. Wunderbar. König Stein wird ja auch mal gelevelt hier. Ist ja gar nicht mal geflüchtet. In der Zwischenzeit können wir ja hier unten euch wieder reinschicken in die Mine. Und hier auch. Hopp, 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 hopp. So, was ich bauen könnte, ist erstmal Teuerpfeiler sowieso. Dann eins so und eins so. So, okay, jetzt hat er. Das heißt, müssen wir hier die Hobbits. Na gut. König Dein ist tot. Lang lebe König Dein. So, machen wir so. Den können wir mit hinterher nehmen. So, hopp. Sehr schön. So, hopp. So, sieht doch gut aus für uns eigentlich. Hier oben. Ich denke mal, der wird sich wieder irgendwo verzogen haben. So, unser Streitwagen ist kampfbereit. Ich muss ihn nur finden. So. Und zwei. Und hier mal noch ein paar Gebäude erüben. So. Wieder einer wenige. Ansonsten hier hin. Sie wollen uns verkampeln. So, hier hin. Wir brauchen auf die. Jawohl. Auf ins Getümmel. Kann ich hier noch irgendwas? Auf ins Getümmel. Nein, kann ich nicht. Brauchen wir noch. Wo beschwört er die? Die beschwört er bei sich. Das ist gut. Unsere Gebäude. Unsere Gebäude stinkt in der Westmanzer ist bereit in den Eisengarten. Okay. Werden wir diese Kerle nur los? Also gut. Ich lass dich mit mir. Sie greifen ab. Und auf. So, okay. Diese kann ich ja inzwischen erstmal hier. Schön. Und hier. Und hier. Und hier. Sowieso. Während hier natürlich weiter von denen dann jetzt gebaut wird. Axtkämpfer auf jeden Fall. Von denen. So, und so. So, wir hauen mal ab, ja. Weil das ja ganz gute Hüter waren und so weiter und so fort. Die brauchen wir ja alles noch. So, hier. Ausrüsten. Alles ausrüsten. Ah, die rüsten wir natürlich auch aus. Dein ist wieder da. So, okay. Das mitnehmen. Das. Das. So. Und. Gehen wir mal hier rüber. So. So. So, genau. Hol dir mal das Teil hier noch. Ich bin euer König. Hierher. In der Zwischenzeit, während ich hier rüber renne, kann ich die eigentlich alle ausrüsten. Und dann muss ich mich umschauen, wo der Dü sich versteckt hat. Der wird sich garantiert offenbar versuchen, neu aufzubauen. Und das muss ich natürlich verhindern. So, da ich ja hier. Zack, 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 zack. Einfach alles mitnehme. Das war unsere Streitmacht stärker. Ja, das heißt. Die Phalanx ist unsere Stärke. Hopp. Unser Streitwagen ist kampfbereit. Hier mal eine Asset drauf. Und du kriegst Bogenschützen. Und diese Bogenschützen werden so. Genau. Wunderbar. Diese Streitwagen macht hier da unten. Das Ding für allein. Vorwärts. Wir kommen an Bord, Menschen aus Tal. Wunderbar. Hier hinten hat eigentlich noch was gewesen. Ja. Hat auch noch niemand. Alles klar. So, okay. Wir gehen natürlich trotzdem wieder hoch. Und gucken, ob wir uns da unten erstmal alles platt machen. Während ich mit denen hier. So, zwei. Wo ist der Feind? Erstmal hier runtergehe. Und gucke, ob es da was gibt. Bei mir seid ihr sicher. Lalalalalala. Vorwärts, Zwerge. Die Esse ist sicher verteut. Wir haben alles im Griff. Ja, gut. War vielleicht Fehler unbedingt alles mit zu hauen. Aber was soll's. Guck mal an. Da baut er schon wieder. Das Gebäude hier steht im Weg. Jagd diese Brut aus dem Gebäude. Zwerge, Waffen. Hier auf die. So, so, weg, 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 weg. Also nehmen wir einfach das Gebäude hier ein. Komm. Das Gebäude hier steht im Weg. Oh, hier. So, okay. So, okay. Und die alle eigentlich haben. Das müssen wir hinkriegen. Los, 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 los. Da oben versucht er abzuhauen. Bereit. Vielleicht gehe ich mal in die Richtung. Okay, hier kommt der nächste raus. Mal schauen, ob ich den noch schneller erwische. So, hopp. So, hopp. So, hopp. Also von solcher. Okay, ich habe mal die Runde aufgegeben. Ja, ich habe es geschafft, mich zu erwehren. Ja, war natürlich, war auch zeitweise knapp gewesen. Ein paar Fehler habe ich gemacht, aber. Ja, wer hat die nicht. Geht alles nix. Genau, okay. Okay, ich habe ja noch einen gleichen, den nächsten Angriff laufen. Da habe ich ja meine nächste Chance sozusagen. Schauen, wie es da aussieht. Tatsächlich? Du hast noch einen Angriff? Ja, ich habe noch einen Angriff. Ich dachte, es wären nur zwei Schlachten gewesen. Ne, da unten ist noch drei. Alles klar. Da unten ist noch eine. Oh je. Oh je. Das war fast klar. Ja, ja, richtig. Du musstest dort unten irgendwas machen. Deswegen hast du dort aufgesplittet, ne? Da standen, glaube ich, vorher stand da etwas mehr drin. Ja, genau. Etwas aber nur. Ja. Aber ich hätte es mir eigentlich denken können, ist ja, sagen wir mal, das wichtige Gebiet. Aber immerhin. Das ist das wichtigere Gebiet, ja. Aber du hättest natürlich auch spekulieren können. Ja, gut, wenn ich jetzt nicht dorthin ziehe, dann kommt er da und überrennt mich einfach. Ja, schwierig, schwierig. Muss man so sagen. In der Tat, in der Tat. So, na gut. Ich würde sagen, bevor wir drum herum reden, starten wir das Teil. Ja. So, okay. Let's start. Let's start. Wie klingt denn das? Let's start. Muss man noch einen Schluck aus der Pulle nehmen? Ja. Die Toten sind wir mal wieder. Da hatten wir ja schon einige Schlachten drin geschlagen. Aber es ist ja auch ein sehr wichtiges Gebiet. Muss man ja sagen. Es ist so der Übergang zu deinem und meinem Gebiet, ne? Naja, und es ist halt ein Gebiet, was zehn Fähigkeitspunkte sind. Fünf, glaube ich, oder? Zehn, drei. Ah, ne, zehn. Zehn. Stimmt, zehn. Das sind nicht wenig, muss man sagen. Und man kann es sich auf jeden Fall, oder muss es sich auf jeden Fall leisten. Und ich müde mich mal, damit es hier weitergehen kann. Zack, zack, zack. Na, machen wir so. Du gehst auf die zwei. Zumal der Düja eh wahrscheinlich kommen wird, um versuchen wird, mich zu ärgern. Habe ich kein Problem damit, das zuerst zu tun. Ihr geht auf die Zügel. Auf die Eins. So, das habt ihr. Okay. Keine Rohstoffe. Na komm, Rohstoffe. Nur noch ein bisschen. Da, dankeschön. Alles klar. Ich geh mal hier runter. Die wird wahrscheinlich schon erwarten, dass ich jetzt nochmal komme. Aber, ja, was will ich denn anders machen, ne? So, okay. Können wir mal probieren. Okay, den haben wir hin. Dann kriegen wir das Ding vielleicht noch tot. So, okay. Du wirst langsam müde. Na, dann machen wir hier hinten mal was. Ich kenne die, diese Burma sind keine Gefahr. Es wird nicht lange dauern. So, okay. Da kommt er schon. Wir haben kaum noch Riesen. Wie man versteckt sich vor einem Zwerg. Ich bin dabei. Oh, Mädchen. So, hopp. Der versucht natürlich alles jetzt zuerst mal. Wo ist der Feind? Ja. Und entsprechend versuche ich auch alles. Vorwärts. Um ihn zu schädigen. Ja. Ja. Er müsste ja hier irgendwo auch sein. Vorwärts. Eigentlich. Ich bin hier. Wo sind die Kerl? Schick. Okay. Gucken wir mal. Wir haben hier Lager entdeckt. Wagen ist bald. Wagen ist bald. Waffen. Waffen. Bewegt deinen Tränk hinter. Fässer los. Zurück. Vorsicht vor dem Feuer. Ja. So, okay. Zurück. Hat mir jetzt nichts gebracht. Aber immerhin. So, okay. Huch. Ja, okay. Wir haben alles im Griff. Schnell. An die Zügel. Sie greifen an. Lalalalalala. Jetzt ziehen wir mal zurück. Ich kämpfe an eurer Seite. Okay. Jetzt konnten wir ja schon mal nochmal abbrechen. Diesen Angriff. Aber das heißt nicht, dass das dauerhaft bleibt. Ja, kommen noch Rohstoffe. Ja, die alle hat sich unter stärker. Ein Krieg zieht herauf. Ich weiß es. In der Zwischenzeit sollten wir vielleicht mal hier runter gehen. Und, äh, dasselbe bei ihm versuchen. Und, äh, alles gut verzirrt. Macht eure Waffen bereit. Ah, hier hinten. Schickt an Trägen hinterm. Wo ist der Bauplatz? Wie lange warten wir denn noch? Schützt den Baumeister. Niemand versteckt sich vor der Zügel. Sie sind in Gefahr. Oh, Mädchen. Okay, er versucht zwei Seiten sozusagen. Seid frohen Mutes, Zwerge. Aber. Wie lange warten wir denn noch? Wie lange warten wir denn noch? Ich weiß nicht. Zurückwärme. Stärker. Ah, verdammt. Zu spät. Zu spät. Ah, okay. Ah. So, den einen konnte ich ja sichern. So, okay, den anderen auch. Ich hab. Vorwärts. Dann bauen wir mit dem hier gleich mal ein solches Teil hier. Komm mal her. Das ist der Feind. Sie folgen an den 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 Feind. So, okay. Ein bisschen zurückgezogen hat er sich. Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Du baust hier. Dieser Zwerg ist bereit. Und hier gehen wir zurück. Feines Zwerg. Ander. Nimm mal hier mit. Ich bin hier. Wo sind die Kerne? Ja. La, 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 la. So, hier hinten bauen wir gleich mal so ein Teil hier. Vorsicht, Zwerge. Der Feind ist hier. Niemand versteckt sich vor einem Zwerg. Um einfach besser sehen zu können. Ich wollte hier ohnehin weg. So, hier oben haben wir noch nichts. Aber das wird denke ich bald kommen. Darauf habe ich gewartet. Mal schauen. Vielleicht habe ich ja Glück. Nein, Du hat seine Einheiten zuerst vergeben. Entsprechend muss ich jetzt erstmal die Folge beenden, Du. Was meinst du mit beenden Folge und so? Ja, können wir gerne machen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss!